So, ich habe schon einsortiert auf Rating und heute, mal gucken, was für Levels hier sind, die ich noch nicht kenne vielleicht. You are fired. Auf einen Regan-Car. Okay, alles klar, wir sehen. Okay, was muss ich machen? Was A plus B gleich C, C plus D plus E. E plus F gleich G, okay. Muss ich den Typen gleich aus dem Fenster schmeißen oder... Oder was muss ich jetzt machen? Weil bis jetzt reden die eigentlich nur... Ah ja, Tatsache, okay, gut. Irgendwie habe ich das gewusst. Okay, nein, ich muss irgendwie schaffen, damit er SOS... Okay, gut. Ja, ich habe überlebt, alles klar. Get the coin von, keine Ahnung wie das heißt. Oh, ah, ah, okay, so ein Boxlevel, okay, gut. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Muss ich irgendwie schaffen jetzt, damit er in die Box reingeht. Okay, ein bisschen schwerer als gedacht hier. Und... Na, ah, okay, kacke. Na, komm, ich hatte... Zieh deine Beine hoch. Komm. Ja, ich bin... Oh, als ob jetzt. Okay, alles klar. Ah, komm, ey, diese Boxlevel sind überhaupt die schlimmsten Level überhaupt. Also das ist echt... Ah, nervig. Ja, ich habe fast... Moment. Oh, ich habe es geschafft. Okay. 9,75 Sekunden. Ach da. Schnellster Typ überhaupt bin ich hier. Äh, Jetfall von Mr. Robert. Okay, lass mal sehen. Oh, Louis, wir können sogar einen auswählen. Dann nehme ich mal die Fette. Okay, ah, okay, ja. Ich dachte jetzt, äh, der... Der Rollerkombometer war anscheinend doch nicht. Oh. Na, nein, oh, scheiße. Ja, ich kann nochmal. Ja, ja, einfach... Ne, am Rand lang geht leider doch nicht. Da hat der Typ ein bisschen nachgedacht, aber... Ich glaube, ich habe... Okay, gut, ich habe es geschafft. Nichts Level. Impossible. 74,9%. Och, ausnahmsweise mal nicht 99,9%, sondern 74,9%. Oh Gott, das Spiel ist laut. Also das Level. Ah, okay, alles klar. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss weit... Ich muss in der Mitte bleiben, sonst komme ich nicht weiter hier. Und... Na, na... Oh, okay. Ich habe es geschafft. Easy, ja. War echt ziemlich einfach. Äh, Mixed Level von GG Grizzly. Okay, sowas. Ah, ich glaube, hier ist... Ja, so ein Level, wo man halt immer weiter kommt. Ich bin tot. Wo man halt immer weiter nach unten kommt. Da kommen immer verschiedene Level, die man machen kann. Äh, gar nichts. Drei Bälle. Scheiße. Oh, nein, nein, natürlich, natürlich. Okay. Mmh. Oh, boom. Oh, leid. Das ist einfach auch tot, alles klar. Jetzt mit Gefühl, bitte. Mit Gefühl. Ja, oh, ich habe es geschafft. Ah, Luli, jetzt kommt ein Sword... Sword Throw. Oh, nee, jetzt... Das verkacke ich... Das verkacke ich sich ja richtig hart jetzt. Ey, ey, ey. Ernsthaft? Okay, gut, ich habe es geschafft. Ein Bottles Throw. Na, als... Oder? Nee, die Flaschen sind schrotz. Scheiße. Kann ich nicht einfach schon mal ein Bein werfen oder so? Weil... Mein Bein... Ähm... Ist gerade ein bisschen... Irintierend. Nee, nächstes Level. Kann ich auch drauf. Kind of 20 Ways to Die. Ah, okay. Oh, nee. Die in Among Us. Among Us. Ach, alles klar. Der ist doch schon bei Happy Wheels angekommen, einfach mal. Okay, äh... Was bist du noch? Getting sick. Corona... Corona... Natürlich das Corona-Virus, was denn sonst? Aha. Alles klar. Okay. Okay. Ich... Ich fahre mal stumpf durch. Mal gucken. Ich... Ich habe auch Bock, die 40 Jahre hier zu warten. Okay. Bis jetzt waren irgendwie alle Level beschissen. Also... Nichts so wirklich gute Level. Äh... Brutel... Bottle One. Okay, lass mir das. Bottle One ist mal eigentlich ganz nice und simpel. Oh, shit. Wie schnell ist man dann unterwegs? Hey, klappt, klappt. Komm. Ja. Ich glaube, es geht ohne Probleme. Jetzt haben wir drüber. Ja, und noch am Ende gestorben. Okay, das ist geil. Oh, scheiß. What the fuck? Pot Level plus 18. Okay. Was ist das, wie noch kurz jetzt? Lass mal sehen. Oh, honey. Your dick is so big. Nein. Geh weg. Pugel Level. Ja, das ist so simpel. Ey, komm. Asop and Happy Wheels gar keine normale Level irgendwo gibt. Also, das ist doch... Kompletter Rotz. Besonders sind die so gut bewertet worden. Oder haben die sich selbst bewertet. Ich glaube, ich muss nur auf Playcount gehen und nicht nach Waiting. Ich glaube, ich gehe immer kurz zu Playcount. Okay. Hier sind schon mal auf jeden Fall ein paar mehr Leute. Oh, Lul. Einfach ein... Einfach ein... Einfach ein Dreifach-Kill. Nice. Kill to win. Oder muss er runterfallen? Oh, nee. Mein Bein ist nur noch frei. Ich muss mich noch ein bisschen gerade strecken. Hallo? Gehst du mal... Da raus? Ach, scheiße. Nochmal. Oh, ich habe gerade das Kind... Ich habe schon ums Kind getötet. Das wollte ich an die gar nicht umbringen. Ich will die fetten Weihnachtsmanenten umbringen. Aber irgendwie steckt sein Arsch von diesen Typen fest. Ja, komm. Oh, nice. Ey, das ist einfach der falsche Charakter. Was denn... Sein Arsch ist zu fett. Der passt da nicht durch. Ja, geil. Er ist mein falsches Charakter ausgewählt. Ach, komm. Gib mir irgendetwas Schönes hier. Bottle One. Nein. Wacking Ball. Nice. Och, Lula. Alles klar. Ähm. Na. Na. Äh. Ich habe... Ich habe vergessen, wie mir die Scheiße gerade... Ach, so macht man das. Okay. Ich muss es mal vorne machen. Und jetzt rumfliegen und alle wegklatschen. Na. Puh. Ah, gut. Klappt auf jeden Fall. Alter. Na, bitte. Komm, der ist hoch. Ey, wir brauchen schon... Wir brauchen schon... Abgespringen. Ich mache es einfach schon mit dem Helikopter. Oh, was ist hier denn passiert? Na, trotzdem. Ich habe es geschafft. Kein Problem für mich, Leute. Smash. So, gib mir... Gib mir das hier jetzt. Komm. Oh, das Level-Sivis einigermaßen. Ach, so ist das. Moment. Ähm. Ich kann nicht drücken. Hallo? Muss ich drauf... Ah, ich muss draufklicken. Ach so. Okay, Moment. Ich muss jetzt mal draufklicken, wenn einer vorbeikommt. Stirb. Stirb. Nein, der ist nicht tot, aber der ist verblutet. Stirb. 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 Ah, fuck, die Frau hat überlebt. Ey, komm, verarsch mich nicht. Stirb einfach. Nice. Und noch schon Timmy mitgenommen hier. Ach, ne. Ich lasse wir jetzt Ende. Sag mal, wiederholt sich das dann, wenn ich schon die ganze... Nice. Der Baum ist aber schon mal auf mich gefallen. Das Level muss gut sein. Wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und... Oh, ja, ich bin daneben geflogen. Nice. Und loslassen. Ah, ne, als... Oh, ich dachte, ich brich mir das Genick jetzt. Ne, alles gut. Ich mach hier runter. Dann wieder runterfallen. Hier festhalten. Dann wieder da runter. Okay, das ist irgendwie kein wirkliches Robeswing, hab ich so ein Gefühl. Das ist eigentlich mehr so Don't Move-mäßig. Irgendwie nicht so wirklich. Ey, mein Fuß hängt fest. Oh, ich dachte schon. Na, na, naja. Das war nicht mehr... Das war irgendwie nicht so wirklich Robeswing. Okay, gut. Ja, ich danke mal. Das reicht für die Folge. Wird mal wieder... Also, wurde mal wieder Zeit für ein bisschen Happy Wheels, seitdem ich das Letzten gespielt habe. Ist auch schon Ewigkeiten her. Ja, gut. Dann abonniert meinen Kanal, weil ihr nichts mehr passen wollt. Und schreibt mal einen Kommentar und so weißt. Und, äh, Like. Und, äh, Abo. Wart immer. Dann, äh, tschüss, Leute. Tschüss, tschüss, tschüss. Und, äh, tschüss, tschüss.